Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimgauch, heute mit einem neuen Video zum Thema Blackout. Und zwar bin ich in letzter Zeit in viele Kommentare drauf gestoßen, dass viele eigentlich gar nicht wissen, was ein Blackout auslösen könnte, was da passieren müsste, damit es ein Blackout gibt, und auch nicht, wie wir uns davor schützen. Und deswegen, oder beziehungsweise in viele Kommentare kriege ich auch mit, ein Blackout ist nicht möglich in Deutschland. Ja, die Titanic ist auch unsinkbar. Sagte man damals. Selbst Gott kann die Titanic nicht versenken. Das wusste nur der blöde Eisberg nicht. Und ich werde euch heute erklären, was unser Eisberg sein könnte, dass man an dem Zerschellen, also Hacker, Energiewende, Terror, was alles alles so gibt. Oder Kreuzfahrtschiff hat ja auch schon mal ein Teil Blackout ausgelöst bei uns in Deutschland, in ganz Europa bis Spanien runter. Und ich zeige euch aber auch, wie das Sicherungssystem in Europa funktioniert, damit es eben zu keinem Blackout kommt. Oder das relativ, oder vielleicht nur Teil Blackout abgefedert wird. Auch um das geht es. Und das muss man alles wissen, damit man zu dem Thema Blackout auch mitreden kann. Ich werde immer wieder auch gefragt in Kommentaren, ob ich denn einen Blackout für wahrscheinlich halte. Und dazu kommt später auch noch das österreichische Bundesheer, weil die haben, glaube ich, letzte Woche mitgeteilt, dass das österreichische Bundesheer findet die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout in den nächsten fünf Jahren bei 100%. Wir wissen schon seit vielen Jahren, dass wir dreimal im Jahr an so einem Blackout ganz knapp vorbeischrammen in Österreich. Das wissen wir von unserer Austrian Power Green. Also ja, die gehen davon aus, es wird einer kommen und die richten sich darauf ein. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Fangen wir mal mit den Basics an. Also was ist das Wichtigste zu wissen am Stromnetz? Alles, was in dem Moment erzeugt wird, muss in dem Moment verbraucht werden. Alles, was in dem Moment verbraucht wird, muss im gleichen Moment erzeugt werden. Ich höre immer wieder von den Grünen, wir haben eine Überproduktion in Deutschland. Das ist wunderbar. Die haben wir aber nur punktuell. Mal da einen Tag, mal da eine Stunde, mal eine halbe Stunde. Das nützt uns nichts. Das ist sogar scheiße. Eine Überproduktion ist genauso gefährlich wie eine Unterproduktion. Also bringt uns das nichts. Wir brauchen nicht 100,1 Prozent. Wir brauchen nicht 99,9 Prozent. Wir brauchen, ich sage, einen Gleichstand. 100 Prozent von dem, was erzeugt wird, muss verbraucht werden. Und das, was verbraucht wird, muss erzeugt werden. Ganz wichtig. Das zeigt sich am besten an der Netzfrequenz. Die Netzfrequenz wäre quasi folgendes gemacht. Wir stellen uns jetzt vor, das wäre ein Generator. Das ist zwar jetzt ein Motor, geht aber genauso. Und ich drehe den. Dann seht ihr, ein Hertz ist quasi eine komplette Umdrehung bei diesem Motor. Also dieser Motor wird quasi 50 Mal in der Sekunde komplett gedreht. Das nennt sich Hertz dann. Habt ihr mal im Physikunterricht gehabt in der Schule. Also der dreht sich exakt 50 Mal und dadurch haben wir 50 Hertz als Netzfrequenz. Vereinfacht gesagt, da sitzt ein Männchen drin. Das macht quasi, das hat einmal ein Plus- und eine Minus-Batterie. Und dort quasi den Schalter von Plus auf Minus und von Minus auf Plus. Und das macht es 50 Mal in der Sekunde. Also eine ganze Menge. Ihr hört es auch zum Beispiel, wer schon mal ein Notstromaggregat laufen hat lassen. Und er steckt dort im Verbraucher, ein Licht oder sonstiges. Und dann wird er zuerst mal langsamer und dann gibt er quasi wieder Gas. Zuerst, die Benz sinkt kurz. Und jetzt habe ich auf 2000 Watt. Ihr seht es, er bläst. Ich vergleiche das immer am besten mit einem Tempomaten. Den Tempomaten stellen wir ein auf Tempo 50. Das heißt, wir fahren jetzt die Straße dahin mit Tempo 50. Jetzt geht der Berg aber plötzlich nach oben. Was würde passieren mit dem Auto? Es wird langsamer werden zuerst einmal. Wir würden dann 49 kmh, 48 kmh. Was macht der Tempomat? Er drückt aufs Gas und bis er wieder bei 50 kmh ist. So, jetzt kommen wir irgendwann oben am Berg an und es geht dann plötzlich wieder nach unten. Und was wird passieren? Die Geschwindigkeit wird 50, 51, 52 und er wird sich halt runterlegen. Er wird das Gas zurücknehmen, bis er wieder bei 50 kmh ist. Und genau das wird auch bei uns im Netz versucht oder genau das gemacht. Und damit muss man bei den kmh bleiben, bei dem Beispiel. Unser Netz füllt sich wohl zwischen 49,8 kmh und 50,2 kmh. Ihr wisst, wie schwierig im Auto diese Geschwindigkeit so in dieser Menge zu halten ist. Und genauso ist es beim Netz auch. Was passiert jetzt aber, wenn es zu steil berghoch geht und der runterfährt? Oder wenn es zu schnell nach unten geht? Und das ist das große Problem an der Geschichte. Dann würde sich nämlich das Netz abschalten im schlimmsten Fall. Dazu aber gleich mehr. Warum sind denn diese 50 Hz so verdammt wichtig? Warum brauchen wir die unbedingt? Es liegt ganz einfach. Diese Motoren, das ist ja jetzt ein ganz kleiner. Aber stellt euch mal vor, der hat hunderte von Tonnen und wird quasi per Dampf betrieben. Und bei denen ist es so, die drehen sich jetzt schon gleichmäßig. Wenn ihr aber nicht 50 kmh habt, dann macht er vielleicht so Resonanzschwingungen. Und dadurch könnte das Lager kaputt gehen und dadurch könnte der ganze Generator kaputt gehen. Und so ein neuer Generator, da bist du auch mal zwei Jahre am Bauen, bis der wieder funktioniert. Das heißt, dann hätten wir ein richtig großes Problem. Das zweite ist auch eine elektronischen Geräte, die sind auf 50 Hz geeicht. Es gibt ein lustiges Beispiel. In Slowenien hat 2017 ein Kraftwerk nie den Strom geliefert, was eigentlich vorgegeben war. Und die Netzfrequenz war immer minimal drunter. Alles noch im Rahmen, aber minimal drunter. Und plötzlich sind die Funkwecker alle um bis zu sechs Minuten nachgegangen. Weil alles, Computer etc. läuft alles auf diese 50 Hz. Also die sind extrem wichtig. Und das ist das Wichtigste, was ihr wissen müsst. Die Netzfrequenz muss 50 Hz bleiben. Geht die zu weit nach oben oder zu weit nach unten, zeige ich euch jetzt, was dann passiert. So, was würde denn jetzt passieren, wenn die Netzfrequenz nach oben steigt? Wenn sie nach oben steigt und ich sage, ich blende euch diesmal, ich gehe jetzt nochmal die wichtigsten Punkte durch. Zum Beispiel bei 51 Hz müssen alle neuen Kraftwerke vom Netz gemessen, aber für 90% nur einsatzfähig bleiben. Bei den alten geht das nicht. Das heißt, die älteren Kraftwerke werden dann ganz oder teilweise vom Netz genommen, damit man weniger Strom produziert. Ab 51,5 gehen alle regelbaren Kraftwerke komplett vom Netz. Und ab 52 ist ein unzulässiger Betriebszustand. Das heißt, da würde sich alles abschalten. Das ist auch das, was Netzersatzanlagen dann hergehen sollen. Ich jage mal die Frequenz auf 52 Hz hoch, weil dann schaltet sich alles ab. Photovoltaikanlagen, was auch immer. Und ich kann mein Netz schön wunderbar einspeisen. Wenn es aber nach unten geht, dann haben wir folgende Stufe 1, beginnt bereits bei 49,8. Da werden dann also zusätzliche Erzeuger schon aktiviert. Bei 49 ist die Stufe 2. Da werden dann 10 bis 15% der Verbraucher abgeworfen. Wenn man es so schön sagt. Lastabwurf nennt sich das Ganze. Das sind dann meistens große Firmen, die Energie verbrauchen, wie Aluhütten etc. in der Regel. Reicht es nicht, kommt es zur Stufe 3, 48,7, nur mit 10 bis 15 und bei 48,4 nur mit 10 bis 15. Das heißt, hier haben wir bereits 45% der Verbraucher vom Netz. Also das trifft dann auch schon Privatpersonen. Bei 47,5 wird dann quasi gezielte Abtrennung von ganzen Segmenten. Kann euch dann genauso treffen und dann haben wir quasi teilweise Blackouts. Wenn das aber nicht reicht und wir gehen auf unter 47, wenn also alles einfach zu schnell geht, dann ist das ein unzulässiger Betriebszustand und damit würde alles ausgeschaltet werden. Und damit hätten wir einen Blackout. Was heißt denn das jetzt für uns? Solange das mit der Abschaltung oder mit der Netzfrequenz hinten langsam ist, ist das nicht das Problem. Dann können wir relativ viel abwerfen. Dann wird es nicht zum Blackout kommen. Wenn das aber mal ganz plötzlich passiert, dass also quasi die Abschaltung der Verbraucher, muss ja schneller sein, als das, dass die Netzfrequenz fällt. Und wenn das überschritten wird, und du musst dir schon mal überlegen, du bist derjenige, der dann aufs Knöpfleck drückt und mal, keine Ahnung, 15 Millionen Leute ohne Stromlust, wenn es nicht sogar automatisch gerade geht. Und da kann halt eine Sekunde Wartezeit dann auch schon zu spät sein. Und hier liegt auch das große Problem der erneuerbaren Energien. So umweltfreundlich die sein sollen, je nachdem wie man es sieht, ist es natürlich so, dass die zum Beispiel Windkraft bringt einmal ganz viel und einmal ganz wenig. Ich brenne euch mal zwei Beispiele ein, wo man es also wunderbar vergleichen kann, wo wir einmal wirklich viel Wind haben und einmal haben wir halt wenig. Und du kannst das ja nicht vorhersagen, genau. Natürlich gibt es Wettervorhersagen, aber wir stellen fest, die treffen nicht immer zu 100 Prozent ein. Und deswegen müssen die Netzbetreiber hier massiv eingreifen. Das war so 2003, waren das so zwischen drei und sechs Mal im Jahr. Mittlerweile sind es bis zu 6000 Mal im Jahr. Wer also sagt, Deutschland hat ein stabiles Stromnetz, das hatten wir mal vor 10, 15 Jahren, bevor der ganze Energiewende etc. angangen ist, bevor man die Atomkraftwerke abgeschaltet hat und und und. Heute haben wir definitiv kein stabiles Stromnetz mehr. Also wir haben nicht mehr die mit dem stabilsten Stromnetz. Die Zeiten sind vorbei. Was auch nach der Zukunft, was wir zum Beispiel im Juni letztes Jahr dreimal hatten, da waren wir dreimal so vor dem Teilblick auch gestanden, wegen dem Stromhandel. Weil die natürlich erkannt haben, wenn ich da jetzt weniger gebe und dann brauchen sie plötzlich, da kann ich auch viel mehr verlangen. Dafür da geht es um Millionen. Und auch sowas könnte uns dann treffen. Einfach der schlichte Handel. Weil Strom wird ja mittlerweile gehandelt. By the way, wir haben ein Netz in Europa und der Schweiz. Trifft das einen, kann das auf alle anderen überspringen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Habt ihr mir ja gesehen, aber da kommen wir später noch drauf. Da zeige ich euch dann noch ein schönes Beispiel. Gut, der Schweizer würde jetzt wahrscheinlich sagen, naja, ist ja egal, da machen wir halt Käsefondue mit unserem Spirituskochen. Ist doch wurscht. Ja, da haben sie nicht ganz unrecht. Die Schweizer haben ganz anders darauf vorbereitet, als wir das sind. Ich werde immer wieder gefragt, können wir uns die nicht vorwarnen, wenn so ein Blackout kommt? Dann denke ich mir, wie soll denn das gehen? Wenn ich vorher wüsste, dass ein Blackout kommt, wird keiner kommen, weil dann ergreife ich Gegenmaßnahmen. Und dazu möchte ich einfach mal ein schönes Beispiel sagen. Und zwar hatten wir 2006, wurde wegen eines Kreuzfahrtschiffes eine Leitung freigeschalten. Und das hatte dann wegen Falschberechnungen, muss man einfach sagen, es war menschliches Versagen in dem Moment, dazu geführt, dass wir einen Teil Blackout haben, der vom Norden Deutschlands durch ganz Europa bis nach Spanien sich durchzog. Und da waren dann 15 Millionen Personen ohne Strom für mehrere Stunden nachts. Das nennt sich dann die sogenannten Kaskadeneffekte. Das heißt, die eine Leitung ist weggefallen, dadurch war eine andere Leitung überlastet. Und ihr wisst das, ihr kennt das von daheim, wenn eine Stromleitung überlastet ist, dann fällt die Sicherung. Genau, das ist hier auch passiert. Jetzt ging der Strom natürlich über die nächste Leitung, die war dann auch überlastet. Zack, 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 zack. Und so hat er binnen 14 Sekunden einen Riss gezogen vom Norden Deutschlands bis nach ganz unten im Süden. Und das Netz ist dann in drei Teile zerfallen. Und hier zum Beispiel, weil wir haben ja vorher von den Stufen geredet, hatten wir im Nordosten, hatten wir 51,4 Hertz. Ihr wisst, bei 51,5 wäre dann schon die letzte Stufe gewesen. Also wir waren nur ganz minimal vor der letzten Stufe. Und das hat 14 Sekunden gedauert. Und da haben Gott sei Dank die Maßnahmen noch rechtzeitig gegriffen. Das ist übrigens hoch, also ich habe dazu ein Video gemacht, zu diesem Thema mit dem Kreuzfahrtschiff. Schaut euch das mal an, weil die Studie, die es dazu gibt, die liest sich wie ein Krimi. Ja, dann hat sich der Wind wieder eingeschaut, dann hat er sich wieder abgeschaut. Also das war hochinteressant. Und da kann ich euch nur einmal empfehlen, zum anschauen. Gut, und dann quasi, das war im Nordosten, hatten wir also zu viel. Im Osten hatten wir plötzlich nur noch 49 Hertz. Das heißt, auch hier hat man schon Stufe 3 Teil Blackout. Es gingen also schon bereits 10 bis 15 Prozent vom Netz. Das heißt, im Norden Deutschlands ist passiert, in Spanien waren die Spanier plötzlich ohne Strom. Ein Netz in Europa. Es hat dann auch eine gewisse Zeit lang dauert, bis man die Netze, die ja normal gleich waren, wieder ineinander verschoben hat. Also bis die wieder synchronisiert waren, hat man neun Versuche, braucht man mehrere Stunden, die wieder zu synchronisieren. Obwohl die ja gleich waren. Dann kann man sich vorstellen, was beim Blackout passiert, wenn man die Netze erstmal wieder aufbauen muss. Und deswegen dauert halt ein Blackout auch, ich sage mal, 2 bis 14 Tage. Je nachdem. Ein weiteres Thema, das uns passieren kann, und das sind sogenannte Energiespitzen, Energiewellen, sage ich jetzt einfach mal. Es hat nicht umsonst, dass wir bei großen Kraftwerken nicht drei Generatoren gebaut haben, sondern einen großen. Warum? Der wiegt mehrere hundert Tonnen, da haben wir eine gewisse Trägheit und die beruhigt das Netz einfach. Und kommt jetzt so eine Spitze auf so einen riesen hundert Tonnen Motor, dann zerschält die da. Das müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Wasserwelle, wenn dann der Stein im Wasser ist, dann ist der noch geglättet. Und so ist es hier quasi auch, und das ist halt, was wir leider jetzt abschätten. Wir haben es jetzt gesehen im Ländle, Philipsburg 2 wurde abgeschaltet, seitdem haben wir zwei größere Stromausfälle gehabt. Könnte damit zusammenhängen, muss nicht, aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich sehr hoch. Ich werde immer wieder gefragt, wie lange ich denn denke, dass so ein Blackout dauert. Die Frage kann keiner zum 100% beantworten, weil es eben noch nie passiert ist. Persönlich rechne ich, und da hängt es auch von vielen Faktoren ab, es kann sein, dass bei manchen nach zwei Tagen bereits wieder Strom da ist. Zum Beispiel in der Schweiz geht es mit Sicherheit schneller als bei uns in Deutschland. Es kann aber sein, dass das 14 Tage dann noch länger dauert. Weil wir haben dann viele, viele kleine Teilnetze, und die müssen ja dann erst wieder synchronisiert werden. Und das konnte richtig schwierig werden. Wir haben das mal in Amerika gesehen, da war mal ein Teilnetz ohne Strom, dann haben sie gedacht, naja, mit denen vom anderen das rüber, synchronisieren die wieder, und dann haben plötzlich noch fünf weitere wieder ausgefüllt. Das heißt, es kann dann sein, der Strom ist zum Beispiel in der Schweiz wieder da, dann wird versucht zu synchronisieren, und dabei wird aber der Strom wieder für zwei Tage weg. Also das kann auch länger dauern. Deswegen sage ich, zwei bis 14 Tage schätze ich realistisch. Also bei manchen werden eben nach zwei Tagen schon wieder da sein, bei manchen wird es eben 14 Tage dauern. Dazu gibt es übrigens ein eigenes Video, das nennt sich Schwarzstadt. Kann ich euch auch noch empfehlen. Es gibt übrigens ganz viele Videos in meiner Playlist zu den einzelnen Themen, die ich hier gesagt habe. Ob das das Kreuzfahrtschiff ist, ob das die Energiewende ist. Schaut euch mal die Playlist, die blende ich euch unten ein Blackout an. Da gibt es einige interessante Videos zu dem Thema. Gut, und dann immer die Frage, habe ich eh schon beantwortet, ist ein Blackout wahrscheinlich. Und da will ich euch einfach mal einspielen, was die vom österreichischen Bundesher dazu sagen. Und da gibt es ein Ereignis, dessen wahrscheinliches Eintreten in den nächsten fünf Jahren nicht nur die Experten des Bundesheeres mit 100 Prozent bewerten. Der Ausfall des Stroms, das sogenannte Blackout. Blackout bleibt ein Thema. Es kann großflächig sein, sektoral. Wir müssen diesen Gefahren entsprechendes Augenmerk widmen. Wir wissen schon seit vielen Jahren, dass wir dreimal im Jahr an so einem Blackout ganz knapp vorbeischrammen in Österreich. Das wissen wir von unserer Austrian Power Grid. Und daher ist es nicht überraschend, dass man jetzt die Wahrscheinlichkeit als so hoch einstuft. Die Vorbereitungen müssen stimmen. Man muss sich geistig darauf einstellen, man muss technische Vorkehrungen treffen und man muss wirklich auch in den Köpfen sich wirklich darauf einstellen. Und das war, glaube ich, die Botschaft von heute, dass das wirklich so knapp vor der Tür steht. So Leute, eigentlich wäre das Video jetzt noch weitergegangen, aber es hatte dann insgesamt fast 40 Minuten. Das war mal einfach zu lang. Deswegen habe ich es auf zwei Teile aufgeteilt und der zweite Teil kommt demnächst. Unten habe ich quasi die Playlist drin und im zweiten Teil wird auch nochmal erklärt, welche Gefahren gibt es denn für unser Stromnetz. Was sind denn die größten Gefahren? Energiewende, Hacker, was auch immer. Aber das gibt es dann im zweiten Teil. Also einfach Glocke und abonnieren nicht vergessen werden Sie jetzt auch den nächsten Teil. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan von Autokimga. Fert euch!